Hallöchen, Puppüchen! Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mecko und wir spielen heute wieder World World. Und ja, in der letzten Folge haben wir relativ viel hier freigeschaltet. Wir haben eigentlich fast alles bis auf diesen Plasma-Bohrer und wir haben herausgefunden, dass wir noch zwei von diesen Kernen brauchen und die werden wir uns jetzt holen. Da gehen wir hin. Zwei Kerne. Zwei Kerne, du. Das schauen wir mal. Mal gucken, mittel einer Anomalie. Warte mal, hier könnte man ja direkt, wenn da was rauskommen würde. Kommt der nicht raus hier aus dem Scheiß? Boah, alter Schwede. Ich hätte gern noch so einen Bohrer, ne, bin ich ganz ehrlich, diesen Scanner da, den seismischen Scheiß. Versuche, alles mitzunehmen. Wie geht auf jeden Fall. Ich muss mal das Mikrofon gerade ein bisschen anders positionieren, damit ich überhaupt was sehe. Oh ja, das stand nämlich gerade genau davor. So. Hopp. Ja, den nehmen wir noch mit hier. Komm. Hopp. Jetzt geht's zurück. Den sollten wir auch mitnehmen. drücken, Turm? Kann ich noch mitleben? Hmm? 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 Wenn wir schon geskillet haben, dann sollten wir uns auch nutzen, oder? Sie werden nicht so... Komm, Junge. Wir wollen da hinten noch was schaffen. Vielleicht ist da ja noch was. Ne? Runde brauche ich erstmal eigentlich gar nicht. Vielleicht noch ein paar Blaupausen wäre cool. Ein paar Blaupausen wären auf jeden Fall noch geil. Okay. Hat sich der Weg hier rein gar nicht mehr gelohnt. Miese Brise. Machst du nix. Komm. Alter, ich habe so einen Pappmaul gerade. Wir hatten noch Satsiki im Kühlschrank. Und ich wollte nicht, dass das schlecht wird. Da habe ich jetzt gedacht, komm. Ich mache es ja schön auf Toast noch. Ich habe gehört, als es morgen, übermorgen schlecht ist. Dafür wäre es zu schade. Ja. Vielleicht dazu nicht. Wo ist der Eingang hier? Komm. Mach mich da rein. Und? Kann ich auch mitleben. Finde ich gut. Okay, den nehmen wir noch mit. O행. Mötehä. Mötehä. Back mit euch, ihr schmutzigen. Irgendwann muss ja noch was Upgrade sein, genau. Ich mal noch da hängen, damit ich gleich eben schnell alles aufsaugen kann. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir jetzt irgendwann noch so einen schönen Kern finden. Hm? Hm? So, mal runter damit. Hier kommt alle mit und dann schauen wir doch mal, was wir so finden. Oh, die alte Bombe. Okay. Das war ja nochmal, da wird ja noch eine Waffe vorbei sein wahrscheinlich, ne? Dann wird hier vermutlich noch die Waffe bei sein. Ja vielleicht ja auch im Kern, aber wer weiß. Die haben wir schon mal unsere erste Anomalie, genau vor der Grenze sozusagen. Eine Waffe. Ich lass sie jetzt da. Ich lass sie jetzt da. Der Weg, der lohnt sich nicht. Ich hoffe, ich finde dann trotzdem noch Kerne. Wir werden es sehen. Ich glaube den ersten Kern habe ich auch gefunden, als ich das Ding probiert habe. Ich glaube mein Schwein läuft, besser kann es ja fast nicht laufen, ne? Direkt zum Anfang. Eine wunderschöne Drohne, ne? Ja, moin. Sehr gut. So, dann wollen wir doch mal. Tja, die wird ja direkt upgradet. Da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Die kriegt alle meine Punkte. Sehr schön. Damit kann ich ja auch super leben. Das ist das Leben, was der nochmal für eine Kugel gemacht hat. So, ich lass dich allein. Ich vertraue dir. Ich würde das Upgrade noch eben kaufen. Zum Bohren. Damit wir hier gut vorankommen. Na, mehr ist hier nicht. Das ist ja ein trauriges Ding. Das ist ja ein trauriges Ding. Was mache ich? Ich wollte mit der Spinne raus. Okay, jetzt kommen die ersten Gegner. Wir schießen wieder nach unten. Boah, einfach überlatscht. Auch geil. Wir nehmen alle Mets hier. Aber wenn wir den jetzt platt haben, ist die Welle auch zu ändern, ne? Ja, tatsächlich. Wäre hier schon vor gemeint, ein bisschen. Sehr geil, dass wir jetzt hier direkt einen roten finden. Das verspricht, eine sehr gute Runde zu werden. Wenn wir jetzt noch blaue haben zum Upgraden, dann können wir nämlich direkt schon den nächsten Bohrraum gleich machen. Oh, ne neue Waffe, die wir nicht haben wollen. Mach auf. Neue Waffen, die wir nicht haben wollen. Na, die blauen nehmen wir aber auf alle Fälle mit hier. Ja, also die schwarzen. Dicken. Das ist doch geil, wenn man so viel aussagen kann und gar keinen Stress mehr hat mit dem rüberholen, ne? Nein! Komm zurück! So, guck mal hier. Schlabuck. Also wir können noch nicht mal das upgraden, weil uns einfach die Grünen fehlen. Hoffen wir mal, dass hier jetzt ein Grüner nochmal kommt. Wäre natürlich nice. Bitte. Jep. Sehr gut. Dann lass uns los. Wollen wir jetzt genug früh, ne? Dann warte mal. Was wollte ich upgraden? Ach, schießen, ne? Na ja, okay. Das ist ja gar nicht so wichtig gerade. Ich dachte jetzt hier. Okay, dafür brauchen wir aber mehr blaue. Viel mehr blaue. Ja, ich lasse das für dich. Bis zum nächsten Mal. Sch, 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 um... und hier wird es gegnerisch das? das ist ja auch kurios das ist ja irgendwie geil wenn du hier einfach durchknottern kannst ich mir jetzt vorstelle dass das nächste upgrade von dem dinge nochmal 10 weitergeht alter das ist ja so heftig so wahrscheinlich der overdrag sein oder so ich habe jetzt kein glück gehabt mit dem kern wohl oder übel ich weiß nicht wie wir finden den noch alles hochheben hier alles mitnehmen der ist schon da entspannung na was habe ich gemacht? ich habe sogar prediktet ok also tammer ab es waren heute waren So, eine weiter Die brauchen wir bald, ne? Aber die kommen ja erst noch Können wir mehr Damage machen Keine Anomalie drin Oh, frech, oder? Find da nur ich Einfach so, nur ein bisschen blauer Scheiße sammeln Zum upgraden Soll ich mal so einmal durchknattern, hier, ne? Soll ich mir jetzt noch alle holen Das ist schon geil, wenn man mit dem Staubsauger keinen Stress mehr hat, ne? Komm hier, zack Hä? Warum ist denn meine Rakete jetzt kaputt gegangen? Alter, ich kann den, naja, ist ja gesehen Mit zwei Schritten Ich hab den mit zwei Schritten überlatscht Wie heftig Wie heftig Vielleicht geh schon mal durch Wie heftig 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 So. Hätte ich geil, wenn die Sachen auch mal runterfallen würden, ne? Eigentlich fliegt das jetzt hier in der Luft das Zeug. Chain Reaction wäre cool, irgendwie. Ich hoffe, da kommen auch noch ein paar DLCs. Ich meine, wir haben ja jetzt so gut wie durch. Wir brauchen ja nur die Kerne. Und ich glaube, dann kann dieser Endboss uns da mit dem Laser nichts. Oh. Ja. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich muss mal gut gehen. Ich habe auch noch nie in diesen scheiß Blitz eingesetzt, ne? Fällt mir gerade auf. Ich habe ihn auf Level 2 und habe ihn noch nicht einmal eingesetzt. Das ist auch irgendwie richtig dumm. Richtig dumm von mir. Die Frage ist, warum habe ich den noch nicht eingesetzt? Der hat noch keinen Sinn da drin gesehen. Keinen Kampf gehabt, wo ich den hätte gebraucht. Ich brauche Grün natürlich noch, um mich fett zu heilen. Und jetzt habe ich wieder massenweise Zeit. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Versuchen jetzt mal ganz nach unten zu gehen. Oh ja, ich erinnere mich dabei, ja was. Jetzt kommt ihr da jetzt einfach unten rein. Ja genau, das wollte ich doch, ne? Wollte ich mich. Jetzt ist eine Rakete, ne? Alle drei tot. Kommt ihr jetzt echt noch eine Welle? Nicht dein Ernst. Warum? Hm. Kleine, die lohnt sich vielleicht sogar noch. Ah, ich vertraue auf dich, ne? Du machst halt hier. Komm mal, was passiert hier? Jetzt bedeutet die Anomalie wahrscheinlich nur ein Upgrade-Punkt, ne? Oder? Ich weiß, sie vielleicht doch noch irgendwo eine Blaupaube oder so. Oh ja. Schaden von jeder Kugel. Geil. Dann nehme ich alles mit, damit ich die Punkte kriege. Und die sind trotzdem noch wichtig. Gut, ich weiß nicht. Doch, ich weiß nicht. Das ist gut. Die Frage ist, gibt es hier eine Anomalie? Ich bin aufgepasst. Man sollte einfach vorher gucken. Hier gibt es eine Anomalie, die nehme ich mit. Yeah! Baugeschwindigkeit und Stärke. Äh, movementgeschwindigkeit. Oh, ich sag mal schnell nach oben. Können wir irgendwas upgraden? Not für mich zur Info. Also hier nicht mehr erstmal. Bei der Drohne? Auch nicht, weil wir da erstmal nach oben führen müssen. Hier bei uns? Auch nicht, weil wir auch erstmal nach oben müssen. Okay. Warum sind wir dann hier unten? Man weiß es nicht. So, die geh ich mir noch holen, die Sachen. Easy peasy lemon squeezy. Das knatter ich hier noch eben alles weg. Kostet mich hier keine fünf Sekunden. Bam! Oh! Oh! Die brauchen wir. Die sind wichtig. Was ist das für eine schöne Mine? Wir geben einen ab. Hallo! Oh! Und hier gibt es doch noch einen Upgrade-Punkt. Ja, moin! Und vielleicht auch einen Kern. Vielleicht auch einen Kern. Wer weiß. Ich nehme alles mit hier. Ich nehme alles mit hier. Oh! 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 Das kann ich machen. Ähm. Das kannst du? Nach-Ladegeschwindigkeit. Oh! Das macht die Nach-Ladegeschwindigkeit auf jeden Fall. Und ich nehme gleich noch die Panzer brechenden Kugeln. Nein! Oh, das war falsch. Was für eine Zeitverschwendung. Was hat denn da jetzt so gescheppert? Hä? Ich hab das auch mitgekriegt, oder? Aber warum hat was gescheppert? Die will ich noch haben hier unten. Reparatur... Hä? Ermöglicht dem Bau von Reparaturstationen an den Eingängen unbesitzamien diese Reparaturstationen stellen jede Minute einen kleinen Teil der Haltbarkeit des Spiders wieder her. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Ich nehme auf jeden Fall die hier. Ja. 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 Und ich lass dich mal weitermachen. Ich lasse dich einfach mal weitermachen Und dir muss dann noch eine Anomalie sein Und ich vermute es wird ein Gewehr sein Ich hoffe natürlich Dass es ein Kern ist Na Ich komme mit dem Bohrer leider nicht voran Denn mir fehlen die Passenden Teile für die Bohrerweiterung Dafür müssen wir aber nach oben Aber da wir jetzt erstmal die nächste Welle Eigentlich überleben sollten Können sollten Sollten können Weil wir da zwei Turme hinknatschen werden Hier geht es rein Oh, eine Blaupause Geil 100 Schaden Für die Clown Level 3 Nochmal 100 Schaden mehr Ja, also Prinzipiell müssen wir hier eigentlich alles mitnehmen Weil wir brauchen diese Augen Natürlich jetzt nicht auf den Upgrade-Baum gucken Ich glaube es wird eigentlich wichtig Die nehmen wir dann mit hier Und dann haben wir ab Komm schon Hier ist eigentlich eine geile Ecke Zurück zum Seiden Ich bin jetzt aber auch bei mir Zurück zum Seiden Mara Karst, Hüterin der Lehre. Ich bringe dich zum Felsen zurück. Lebe wohl, mein Schatz. Okay. Die Hüterin der Lehre. Wer kennt sie nicht? Die Hüterin der Lehre. Ich glaube, hier mache ich nur einen kleinen Abstecher rein. Es geht um die Kerne. Hier könnte ein Kern drin sein. Wir müssen erstmal nach oben. Uns fehlen die Ressourcen für einen vernünftigen Bohrer. Das fehlt uns hier. Damit wir hier weiter machen könnten. Die Mine groß wieder. Zwei Anomalien. Fuck it. Vielleicht ist hier auch wieder eine blaue Pause drin. Wir müssen uns bis zum Ende durchbohren. Geht nicht anders. Hey, lass mich durch. Wo muss ich lange runter? Hoch? Wahrscheinlich hoch dann. Das ist... Hier ist bitter. Gerade. Das ist viel Zeitfrist, die ich nicht habe. Das frisst so viel Zeit, die ich einfach nicht habe eigentlich. Das ist ziemlich. Das ist eigentlich nicht ganz mélangere. Ich bin seit Kiel. Das ist ein sehr merkwzentiger. Ich bin seit Kiel. Das ist ein sehr merkwürdiges Gerät. Ich bin seit Kiel von Hüterin. Ich bin seit Kiel von Hüterin. Ich bin seit Kiel, ich bin seit Kiel von Hüterin. Ich habe immer noch die fünf nicht ausprobiert. Was das für ein Zauber wohl ist. Zauber sag ich schon. Wo sind wir hier bei Mind Magic? Ich denke die Anomalie hier werden wir noch finden, den Upgrade Punkt werden wir noch finden. Dann wird es in die zweite Battle Phase gehen, dann müssen wir erstmal zwei Türmchen bauen. Noch Punkte haben wir auf jeden Fall dafür. Ich hoffe ich finde die zweite Anomalie noch hier den Upgrade Punkt. Klar, es waren viele Punkte. Noch ein tiefer. Klar. Ich habe alles seit der Welt, verstehst du? Junge, 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 Junge. Das erste Mal, dass ich mich freue, dass ich Overdrive habe. Willst du mich verarschen, wie tief geht das Ding? Ich glaube ich baue gleich den zweiten Geschützturm auf. Aufschießen hier, da oben auf der Rübe. Auf der Runkels Rübe. Auf der Runkels Rübe. Oh, Meierkind. Was war das? Habt ihr gesehen? Ich habe schon wieder Schaden gekriegt. Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Okay. Also, wenn wir jetzt das letzte Mal sozusagen jetzt zurück gehen, dann müssen wir... Dann müssen wir... Dann müssen wir... Ja, dann müssen wir... Die Türme bauen. Wo ist die Anomalie? Wollt ihr mich verarschen? Wie groß ist denn diese Mine? Ich würde gerne mal rauszoomen hier. Ich darf gleich wieder zurück gehen. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe mir 15 Sekunden mehr gekauft und habe das Gefühl, ich bin 15 Sekunden länger unterwegs. Nein, es ist nur eine Waffe. Es ist nur eine Waffe. Ich heule. Und es ist nur eine Waffe, ne? Aber so eine hatte ich noch nicht. Ist das was besonderes? Streugranatwerfer. Ja, es ist besonderer Müll. Oh man. Es fehlt aber noch das Upgrade. Drecksau. Wo ist es? Ich bin am Weg. Wissen nicht, dass ich zu weit muss. Ich kann einfach alles überlatschen. Was ist so einer? Ich will abdocken. Ich will oben meine Türme hinbauen. Da, ne. Zwei Dinger, wo ich war. Da war nämlich eine gute Ecke. Also hier und hier, ne? Genau. Einmal andocken. B. Reparatur. Geschütz. Ding. Hier noch ein Geschütz-Ding. Ist hier noch einer in der Nähe? Ne, leider nicht. Okay. Sind wir bereit? Wir können nichts mehr upgraden, ne? Ist das so schade. Doch, wir können das noch upgraden. Ja moin. Das ist unwichtig. Na, wenn die Sachen wenigstens auf einem drauf wären. Verstehst du? Wenn sie auf mir drauf bleiben würden, würde ich sagen, okay, geile Scheiße. Aber sie bleiben nicht auf mir drauf. Und deswegen ist es keine geile Scheiße. Deswegen ist es einfach nur Scheiße. Scheiße, Scheiße. Scheiße. So, ich würde sagen, wir waren jetzt hier unten. Ne, ne, ne. Hör mal auf. Wollte da drauf. Wollte nur gucken. Gibt es hier noch eine Materie, die ich noch nicht hatte? Ja, das da. Das da. Die guckische Wurst. Gib ihm. Voll drauf. Schön ist, dass ich jetzt einfach sich bewegen kann. Und die Dinger plattlatschen kann. Guck mal, ich kann hier einfach überrennen. So viel einfacher jetzt. Das Ding jetzt mal kaputt gehen, oder was? Was soll ich da noch drauf schließen? Der eine ist schon kaputt, der zweite. Ich hab nämlich einmal repariert, ne? Zweite Phase. Was für ein Unterschied das macht, wenn du die plattlatschen kannst. Das war's. Ich würde sagen, das lief sehr souverän. Das lief doch sehr souverän. Kommt jetzt die Bolkendecke? Oder kommt noch eine Mine? Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich war. Hier ist noch einer. Schauen wir uns noch an. Hier ruht Flappy, mein sprechender Flieger. Fiel im Schlaf in ein Feuer. Wer ist jetzt albern? Schade, dass man kein Syrixgleich essen kann. Warum nicht? Kann man nicht essen? Schmeckt nicht, oder was? Was sagt denn der Mittel? Und eine Anomalie. Hm. Das ist ein Upgrade-Punkt. Wollen wir gucken gehen. Ich hab echt Schiss, dass jetzt hier was ist, ne? Komm schon. Wenn es jetzt wirklich ein Upgrade-Punkt ist, dann mach ich mich direkt gekehrt bin auf dem Weg nach oben. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wie sehr ich einfach will, dass hier was ist, ne? Da ist es. Eine Blaupause. Die nehme ich. Beschleuniger. Beschleunigter Generator. Auf geht's. Komm schon. Da sind meine Türmchen. Meine braben Türmchen. Wir gehen jetzt ganz nach oben. Leider hab ich jetzt noch keinen Kerl gefunden, ne? Ich glaube jetzt kommt die erste Schicht, bei der wir als allererstes waren. Und dann müssen wir uns einmal durch die Schicht nach oben kämpfen. Ja. Hier sind unsere Städte. Im Hintergrund. Brauch ich auch gar nicht mehr machen, nach oben, nach unten und schießen. Einfach drüber latschen. Äh? Da war noch eine Mine. Ist das eine normale? Nehme ich mit. Und die Geschichte auch. Mir ist langweilig. Aus Langeweile nasch ich weiter. Ich habe einen Wochenvorrat in drei Tagen vertilgt. Ja man, die brauchen wir. Wir können upgraden. Immer schnell in drei Tagen vertilgt. Immer wieder in drei Tagen vertilgt. Ach so. Wenn die Augen verschenkt. Immer wieder hin. Wenn ich gut kenne, die erstmal zurückgegeben werde. Spannungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich müssten wir jetzt mal provoken, dass Welle 3 kommt. Sehr schön. So, direkt mal hier die Upgrades holen. Direkt mal eben das Upgrade holen. Ach scheiße. Ach scheiße. Ist ja nur das Upgrade. Ich brauch den Lisan und der kommt oben, weiter oben. Egal, der knallt auf ordentlich. Platz da, gib mir das Upgrade. Ist das eine Waffe? Kann sie behalten. Die will ich nicht. Ich will die Steine noch haben. So, komm komm komm. Direkt einen weiter. Mittel. Schnell durch. Was müssen wir reparieren mitnehmen hier? Eine Anomalie irgendwo. Wir suchen uns schnell. Hier wird sie sein. Wir suchen noch ein bisschen was von oben. Ich mache das weg. Ressourcen Miner. Die sind eklig, die Viecher. Die mache ich so weg. Ne, so viele Blieben ziehen. Geh mal weg. Ist ja widerlich. Hier wird kaputt latschen. Hier ist auch eine gute Ecke zum Fighten eigentlich. Alter Mann, wolltest du mit? Hast du diese verkleidete Schreiberlinge in ihren Zellen gesehen? Sie waren noch am Leben, als ich sie fand. Sie wussten nichts über die Mauer. Ja. Dankeschön. Haben wir noch was, was wir jetzt upgraden können? Ne, ne? Gerade nicht. Gerade nicht. Das könnte ich machen, aber ne. Das ist es mir nicht wert. Das könnte ich machen. Das wäre es mir fast wert. Was sagt meine Drohne? Oh ja. Die freut sich gerade. Ne. Es gibt zwei. Was ist das? Das will ich haben. Man kann sich noch eine Drohne kaufen. Oh. Was? 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 Die Frage. Gibt es hier überhaupt ne Anomalie? Ich glaube nochmal schnell hier überall durch. Rolling Thunder! Alter, man kann sich einfach ne zweite Zusatzwunde besorgen. Was ist das denn geiles? Was? Yes. Cannst du jetzt bitte kommen? I need time. wow! sehr schön immer alles mit, ist mir egal ich will jetzt so ein bisschen auf Zeitdruck das anzumerschaffen hier so, das reicht mir die Frage, gab es hier eine Anomalie? nein, sehr schön wenn ich hier reingegangen bin, hätte ich mir sparen können wir wollen die Miner Schnell nur gucken, was für eine Anomalie hier drin ist. Der Rest ist scheiße. Wenn hier jetzt nur so ein Upgrade-Punkt ist, den finde ich schnell. Gut. Den finde ich doch schnell und dann ist doch gut. Ja. Sekunde. So. Ich bin eben kurz zum Ende gegangen. Ich überlege gerade, mich reizen die Punkte jetzt gerade noch. Wegen dem Upgraden, weißt du. Wenigstens nur eben schnell die Punkte hier mitnehmen. Das ist jetzt nicht viel Arbeit. Das kostet mich jetzt nicht viel Zeit. So. Jetzt gehen wir oben durch die Decke wieder. Und die nächsten Gegner. Vielleicht kommt auch noch eine Mine. Nee, kommt nicht. Ich will jetzt wissen, ob ich die komischen blauen Dinger hier finde. Das ist eine dicke blaue, weißt du, was ich meine. Dann lass uns mal eben realistisch denken. Wie viel brauche ich von diesen blauen Dinger noch, von diesen Upgrade-Dingern. Ich habe sechs. Ich habe sechs. Von dem blauen brauche ich hier keine mehr. Das habe ich hier noch locker. Also blau brauche ich nicht mehr. Definitiv nicht. Die Drohne brauche auch kein Blauen mehr. Ja, ne? Okay. Ich werde das gucken. Okay, äh, hat der hier eine Anomalie? Ich hab nicht nachgeguckt. Eine Mittel, das kriegen wir schnell hin. Da können wir schnell durchrasen. Schnell mal gucken, ob ich die finde. Vielleicht ist es ja tatsächlich der heißersehnte Kern. Wo müssen wir hin dafür? Na schon. Eine mittlere Mine schon wieder soweit vorbrechen zu müssen, ne? Ist doch nicht mittel, das ist so groß, Alter. Ach komm schon, ist klar, mittlere Mine, ne? Natürlich, mittlere Mine. Wer wird's denn verarschen? Ja, aber dafür hat es sich gelohnt. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit in der Mine und die Bohrleistung in einem kleinen Bereich um den Spider. Okay. Naja, aber um den Spider, das ist jetzt nicht so important for me. Umso Spider passiert alles automatisch. Verstehst du, wie ich meine? Hier, da auch noch. Komm. Ein bisschen was muss ich ja sammeln, damit ich gleich die Türme bauen kann. Sechs Minuten nur noch. Ein bisschen Arschgrimmeln habe ich schon. Sehr geil, die brauchen wir. Hier ruht Yon, ein Speer der Goldgräber. Wenn wir lebend zurückkommen, nehmen wir deine Leiche mit nach Hause, Bruder. Wahrscheinlich seid ihr nicht lebend zurückgekommen, he? Warte mal, kann ich noch schneller bohren? Ich kann noch schneller bohren. Mach ich auch, tut mir leid. Wir brauchen jetzt nur noch blaue Punkte. Was kostet ein Geschützturm? 20,25, also 45 müssen wir gleich aufbewahren. Hier nervt etwas. Was ist der da eigentlich? Hier nervt etwas. Was ist der da eigentlich? So, dankeschön. Mach ich euch mal weg. Stärker bohren, schneller hier durchkommen. Für mich gerade mehr als wichtig, weil ich die blauen Punkte jetzt brauche. Deswegen sammeln wir jetzt auch alles, was wir kriegen. Schnell wie wir können. Machen jetzt ganz viel blaue Punkte. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Anomalie liegt irgendwo. Ich hab drauf geachtet. Spannende vier Minuten jetzt noch. Leider kein Dings gefunden, kein Kern. Ich brauche noch eine gute Position für zwei Türme, ne? Ich brauche noch einen Dingsboom. Boah, ja. So fern wir! So fern wir jetzt einfach. Ich habe darüber nachgedrückt. Ich würde sagen, jetzt einmal auf den Rückweg machen, bitte. Ich wollte gerade nachgucken, ich habe gerade kopfmäßig gedacht. Einmal, gibt es hier überhaupt eine Anomalie? Ja, zwei, okay. Ich wollte nur mal gucken. Habe ich hier noch eine Mine in der Nähe? Prinzipiell ist das hier okay zum Kämpfen. Das war ja Anomalien, dann bewegen wir uns hier drin jetzt einmal vor. Komm, euer Kind, weg damit. So, letzte Fahrt, würde ich sagen. Die letzte Fahrt, Freunde. Da vielleicht noch nicht eine Anomalie gefunden habe. Hä? Aber das ist doch eine große Mine. Bin ich verwirrt. Da ging es wohl unten drunter weiter, ne? Gut verwinkelt, das Ding. Boah, Alter, das ist schwer. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Und zwei. Nehmen wir mit. Da wäre man schon wieder zurück, wa? Alter Schwede, ey. Fällt dir nichts mehr zu ein. Fällt dir nichts mehr zu ein. Ist ja überheftig. Überheftig. Wie groß. Ah ja, der war ganz gut. Vielleicht können wir den noch mal drinnen. Lass uns mal eben gucken. Haben wir hier irgendwo einen Punkt, wo zwei Minen ganz nah aneinander sind? Haben wir nicht. Doch hier. Geschützturm. Was haben wir denn hier? Sektor 237a, strukturelle Integrität, 87%, organische Gegenstände, 1318, nichtorganische Gegenstände, 24911, Gamma-Quotient 18,9 im normalen Bereich. Okay. Schützturm. Schützturm. Okay. Let the show begin, Freunde. Let the show begin. Oh oh. Da kommt nichts mehr. Phase 3 ist Laser-Auge. Phase 3 ist Laser-Auge. Okay. Schade. Ich hab mir so Mühe gegeben. Ich hab mir so Mühe gegeben. 53.000. Schauen wir mal hier drüben. Da haben wir wieder einen. Ah. Oh, wir haben tatsächlich noch einen Size Mission Generator bekommen. Im weiteren. Da bin ich aber happy. Was haben wir da? In einem kleinen Bereich um den Spider. Schaden 100%. Nehme ich. Äh. Ich hab keine Ahnung, ob das hier Sinn macht. Ich nehm's trotzdem mit. Und den können wir uns nicht leisten. Von daher, wir machen jetzt hier wieder einen Cut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich dann einen Kern gefunden habe. Okay. Also vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Lass ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017